ja hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen format auf diesem kanal und ja das neue format ist happy wheels ich gehe jetzt hier mal auf browse levels und nehme dann hier die die besten also nach rating sortiert und nehmen dann chat wall mit dem ich weiß nicht ob das das beste gefährlich für dieses level aber naja ok aber ich glaube da kommt er ganz gut durch und hab ja 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 genau das war unser sohn ja geschafft gut dann nehme ich jetzt mal bottle run ok fängt schon mal gut an ich muss mein vorderrad hochtun ja geschafft jetzt möchte ich noch mal kurz gucken was short cut ich okay gut dann nehme ich jetzt was heißt das keine ahnung wie man das ausspricht egal die sie das war wohl nix ich check das nicht was soll das ich denke ich mich mal da lang okay ich check das nicht wie das geht egal blue wird was ich das okay oh 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 ups nein nein halt okay das können wir jetzt mal ein bisschen probieren ich probiere mal die links rechts taktik aber die kann ich eigentlich gar nicht ja 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 genau perfekt dann verkacken wir da dann verkacken wir da schrumpf auf nein okay einmal probiere ich noch ach wieder da ich probiere es noch mal ja jetzt schnell 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 oh oh das ist knapp gut slow dann spike vor das ist eigentlich gar nicht so schwer genau perfekt jetzt bitte directory bitte bitte hoch hoch oh toll na ja egal okay 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 killік ich will event in schnittel in den nächsten all in um you and will have city kreese heese Diesmaps 2. Ja, egal. Interessiert mich nicht. Harpoon Run. Oh, fuck. Spike Fall. Wow, toller Spike Fall. Der war echt lang. Jet Fall. Schlecht. Nochmal. Scheiß Harpune. Ich hasse die Harpune. Oh, oh. Überall dieses Blut. Jet Wall. Class Break. Hey, wohl. Quiz. Was? Ja, egal. Das Quiz habe ich jetzt halt nicht richtig gemacht. Toller Bottle Run. Okay. Na ja. Dann Rope Swing. Oh je, wie ging das? Z. Genau. Und jetzt? Ah ja. Wie hält man es sich fest? So. Ach. Mann. Okay. Ich weiß nicht, wie man sich festhält. Das müsste ich jetzt gucken. Das lass ich jetzt einfach mal. Wart, jetzt kann ich... Jetzt muss ich mich auch wieder festhalten. So vielleicht? Ne. Geht es auch mit Z? Ne. Egal. Lass ich auch. Spikefall Master. Okay. Wir haben es einfach beim ersten Mal geschafft. War jetzt auch nicht allzu schwer. Äh, okay. Ach so, Schere, Stein, Papier. Ich nehme mal... Stein. Gewonnen. Cooles Level. Bottle Run. Let's go. Oh, der geht nach oben. Nein. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, wie das aussieht. Haha, geil. Aber wir haben überlebt. Ja, man. Aber hier... Kann man auch nach hinten? Nein. Okay. 99% impossible. Und ja, hm. Eigentlich mag ich diese Level gar nicht. Gut, ich habe die Entschärft. Jetzt meine Chance. Ähm. Äh. Nein, ich bleib' einfach da oben hängen. Toll. Die ist wieder kaputt. Ach. Scheiße. Nein. Ach. Ah, ja. Nein. Ach. Das Level macht mich echt fertig gerade. Komm schon. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf das Level. So, fertig. Fertig. Vielen Dank.